Was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben ja ein roter Trink. Ah, damit können wir vielleicht ein Wettbewerb machen. Vielleicht kriegen wir das da ein bisschen. Vielleicht eine Idee. Was machen wir mit dem Affen? Fangen wir kurz. Vielleicht eine blaue Trink. Ah, dann können wir die Flangen umfärben. Ich habe so eine Idee. Vielleicht können wir... So, jetzt kann man doch bestimmt die Flagge rot werden. Wir werden gerne wegschauen. Verdammt. Geht noch nicht so weit weg. So, jetzt das hier blau fern. Das scheint nicht zu funktionieren. Was? Warum nicht? Wie ich gesagt habe, sind wir Piraten oder nicht? Ich hätte ja klappen können. Die können wir so rumstecken. Es muss doch klappen. Sehr schön. Das ist doch mal spucken. Ah, verdammt. Ich will mir jetzt den zweiten Platz. Was? Können wir das nochmal... Können wir das nochmal... Okay, der hört dann nicht mehr drauf. Wie ich gesagt habe... Tausende werden spüren. Tausende werden gewinnen. Cheat? Mit jeder, die sich aufhören? Jeder hat bereits das notwendige Gerät. Hm. Okay, umstellen können wir es nicht nochmal. Jesus Maximus hat zurück. Ja, das ist schlecht. Spitt! Spitt! Well, no records here. Looks like second place. Hm. Wir müssen noch besser werden. Wenn der Wind sich kommt, dann müssen wir spucken. Are you Pirates or not? Vielleicht... Wir müssen kurz gehen. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Ahem. Ahem. Juicis Maximus hat zurück. Spitt! Spitt! Du stinkst! Ich glaube nicht, er hat die Lippen für das. At least, er ist konsistent. Er sieht wie second place. Das ist aber klappen. Jetzt. Wie ist die Rest von der Jeden? Aufschwung aus! Wofre! Aufschwung aus! Wofre! Juicis Maximus hat zurück! Wofre! Aufschwung aus! Wofre! WofreViv? Wofre! 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 Wir können es noch besser machen, aber vielleicht müssen wir blau und gelb grüne Flüssigkeit Okay, wir haben grün Können wir es trinken? Es ist ein grünes Trink und ein gebrochen Glas. Einfach deine zwei Lippe zusammen und blühe! Sind wir Piraten oder nicht? Auch ein Kind kann es tun! In Wahrheit, sie tun es sehr gut! Mann, diese Sache macht meine Spitze zu zack! Schau mal an diese grüne Leute! Juicis Maximus hat zurück! Das soll grüne Spucker haben? Und Spitter, spitter, spitter! Tastes clear, in der ersten Platz! Das war wirklich sehr inspirierend! Fans, wir haben etwas unglaubliches hier heute gesehen. Ich begrüße Sie und Ihnen diese gute, commemorative Placke. Way to go, Juicis! Komm schon, wir geben ihm eine Hand! Okay, wir haben eine Spuckplacke. Das ist eine Placke mit einem wunderschönen Gaube. Das war das? Ich habe jemanden gehört? Ich denke nicht, dass ich das schlafen sollte. Komm schon! Es ist alles bezahlt von von Booty Island, Parks und Rack! Okay, was machen wir jetzt mit einem Spuckplacetto? Und was? Papier Wheat? Das leuchtet mir nicht ein, was wir damit machen wollen. Ähm, also... Die Karte haben wir ja schon. Da brauchen wir nichts mehr. Tja... Nochmal zum großen Baum. Da mal gucken, was wir da noch können. Nadeln haben wir. Den Affen, da kommt bestimmt auch irgendwas mit. Den Affen anfangen. Tja... Ähm... Ich kann der Affe in der Bibliothek für uns das richtige Buch versuchen. Ne, ich glaube nicht. Affen aufs Klo. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Tja... Drei... Da fällt mir nichts mehr ein. Fällt mir doch fett ein und... Noch mal ins Haus rein. Hm. Ich bin da. Ich bin da. Ich will nichts brechen. Die Lange würde mich töten. Da hinten weiß ich nichts. Ah, hey Mary. Wie es mir geht, muss ja. Passt schon. Und wie geht's dir? Was läuft bei dir? Vielleicht können wir den... ...puppegei... Vielleicht können wir den Affen gegen Puppegei enttäuschen. Ja... ...what a piece of junk. Where do you want to go? So... Ich glaube, ich gehe noch mal auf Head Island. Gibt es hier noch irgendwas? Vielleicht gemacht. Ich versuche einfach mal in der Bibliothek. Vielleicht gemacht. Vielleicht schon mal in der Bibliothek, was mit dem Affen machen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hätte er sein können. Dass der uns jetzt die richtige Teilkarte aussucht. Der Affe. ... ... ... ... ... ... ... ... Entweder mein WLAN ist heute ordentlich scheiße oder mein Laptop zeigt es mir einfach nicht an. Marie, vielleicht kannst du gerade, wenn der Stream gerade eine Unterbrechung gehabt hat, oder was ist hier los? Ist der Stream noch live? Das ist gerade ziemlich, ja, ist gerade ein bisschen seltsam. Das kriege ich hier bei meinem Laptop, wo ich das als... Der Stream tut gerade ein bisschen... Mein Laptop sagt mir dauernd, dass der Stream nicht verbunden ist. Vielleicht können wir den Affen punkten lassen. Oha! Das können wir tatsächlich? Erzähl mir nix. Okay. Na sicher hat das geklappt. Na sicher konnten wir... Wir konnten jetzt mit dem Affen den Wasserfall abstellen. Na sicher. Darauf fällt, dass ich da nicht gleich... Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin, dass ich den Affen nehmen muss, um den... Um den... Um den... Um den Wasserfall abzustellen. Das ist... Neu, entstickt das große Loch. Aha. Das sieht aber gar nicht mehr nach einem T-Alent aus. Wo sind wir denn hier gelandet? Aha. Und auch interessant ist... Es ist unmöglich, dass du nicht darauf gekommen bist. Tja, das ist also... Dass ich den Affen als Schraubschlüsse verbinden konnte, das ist ja... So kreativ war ich da nicht. Ein Häuschen? Kann ich vielleicht erstmal zum Häuschen? Den Weg hoch. Und jetzt noch einen Follower, dann habe ich die 50 Follower voll. Auf Twitch. Dann bin ich mal gespannt. Ah, okay. Ne, da bin ich jetzt nicht weg. Dann bin ich nochmal hier... Achso, jetzt. Ah, okay. Dann gehen wir erstmal hier hin. Können wir vielleicht hier... Ah, okay. Aber jetzt schrumpft die Hälfte. Ich bin mal gespannt, ob ich, wenn ich die 50 Follower voll habe, einen Affiliate kriege. Also, weil eigentlich brauche ich da noch... Da gab es auch noch die Aufgabe... Also, man muss 50 Follower vollkriegen und... Und man muss noch mindestens 5 Zuschauer gleichzeitig im Stream versammelt haben. Das... Also... Laut Statistiken habe ich das irgendwie schon mal geschafft. Aber... Ja... Bin ich gespannt. Ein Peeping Tom? Ich will nur ein Peeping Tom sein. Interessant, es wird viel spannender. Es ist fest. Es ist fest. Tja, können wir vielleicht mal an die Tür klopfen? Oder gleich direkt aufmachen und reingehen. Oha. Ja! Was willst du? Äh... Also, ähm... Ich mache ein Survey. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Was willst du wirklich? Äh... 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 All I wanna do is come in for a minute. Äh... O... Äh... 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 I'm Guybrush Threepwood. Prepare to die! So? You wanna a sword fight, do ya? Sword... Und Komf! Äh... I have a better way to solve a dispute. Real pirates solve their differences with a drinking contest. A smell pushed. Drinking contest? Come on in. I'll get a set up. This is my special grog. It's just for contests. Twice the alcohol, twice the calories. I don't want to sit right now. I don't want to sit right now. I hate having to waste it. Here's your drink. From what I'm told, nobody can drink the special contest grog without feeling faint. But I've been practicing. You know, most of the treasure hunters just leave when I ask them to. But you, you're persistent. That doesn't seem to work. Can we get you places in life, boy? I don't like to mix my drinks. But it won't get you into my house. That didn't do much. Are you sure you don't want to back out? No, thanks. I'll be fine. I thought maybe we could drink the first. Drink a little... ...and put here. That's what I expected. Just what I expected. That's my very good. Und schon steht er wieder gerade. Versuchen wir es nochmal. Jetzt noch vorher. Ich würde gerne vorher hier mal. Ich finde, ich sollte das für später. Vielleicht kann ich Elayne mit wie weit ich spüren kann. Ich finde, ich sollte das für später. Vielleicht kann ich Elayne mit wie weit ich spüren kann. Wenn wir einen roten Drink können, können wir es austauschen. Was haben wir denn? Was haben wir bei uns zu trinken? Was haben wir denn? Da kommen wir doch bestimmt. Dann verschwinden sie jetzt kurz. Das heißt, wir müssen... Ah ja, jetzt können wir mit beinahe Gurk austauschen. Ich mag nicht watered-down Grog. Ich hatte immer Barrele und Barrele von ihm. Dann wurden die Taxis auf ihm gegründet. Dann habe ich angefangen, Rum zu trinken, um die Gap in meinem Leben zu erfüllen. Ich mag nicht watered-down Grog. Ich mag nicht watered-down Grog. Was? Wir müssen ihn irgendwie mit dem... Halbster ausmixen. Hat ja schon mal nicht geklappt. Diese Fratzung. Er ist zu jung, um zu trinken zu trinken. Vielleicht kannst du diesen Grog in die leere Tasse trinken und geben etwas... Okay. In die leere Flasche. Du meinst... Das hier... Ich könnte mich auf den brokenen Garten verhören. Es ist ein leckeres, brokenes Lass. Es ist ein leckeres, brokenes Lass. Ich könnte mich auf den brokenen Garten verhören. Ich werde nur ein Teil davon verhören. Okay, das kann ich gerade wohl nicht, also... Ich kann es aber oben. Du meinst, die Flasche dort mit der leeren... Mit der leeren Tasse zu... Leere Tasse. Auf dem Tisch stellen. Vielleicht verwechselt er dann... Sieht er doch, oder? Wir können es mal versuchen. Das ist eine gute Idee. Ich komme jetzt... Okay, nicht. Okay, das können wir schon mal nicht... Vielleicht können wir hier das hier... Ah, ja. Ich komme nicht. Ich komme nicht. Ich habe eine Idee. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Vielleicht kommen wir den... Harten Gruck... In... In... In das leere Wasser... In das leere Glas... Umfüllen... Und dann... Und dann... Den... Lechten Gruck... Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Wir müssen den... Wir müssen den... Harten Gruck in die Flasche füllen. Die können wir dann später auch noch gut gebrauchen... Für was anderes... In den Barman zum Beispiel geben... Und dann können wir... Können wir vielleicht umfüllen... Wenn wir dann... An den harten Gruck rausgenommen haben... Dann können wir... Okay... Let's get this over with... Come on in... I'll get a set up... I wish I'd never bought this house... Komm, vielleicht austauschen... In trouble... All these treasure hunters... Wanting to come in... Well... I guess you're serious about this contest... Here's your drink... Jetzt gehen wir nochmal weg... I found this great drink from a foreign land... Erzähl noch ein bisschen was über den drink... So... Jetzt führen wir den drink... Warum nicht... Können wir gehen... Dann... I came to my senses... I shouldn't take Rum's mug... Hm... Das klappt schon mal nicht... Let's get this over with... Come on in... I'll get a set up... Don't you know when enough is enough? You know you're not gonna beat me... I can't hold my alcohol... Well... I guess you're serious about this contest... Here's your drink... Here's your drink... Here's your drink... Here's your drink... Ah... I used to like this drink... When I was younger... It tastes just like chicken... But it's powerful medicine... And it's powerful medicine... Why it's cases and cases of it... All in one day... Ah... Very nice... Now we're running... And I relied on it... To get up in the morning... Are you sure you don't want to back out? No thanks... I'll be fine... You drink first... Now it's your turn... Hmm... Very nice... Hello... Oh verse... Okay... Banu... We are trying something dirty... And here's some glass of wine... Oh... No... Good enough... You'll have to take a close glass of wine... Oh... No, no, yes... Okay... Um... To try... To thefive рук... Thank you... The Okay, let's that populist me... so ist jetzt ausgeschaltet erstmal können wir vielleicht irgendwie in der schaufel stock im anderen stock messer mein scout master würde kill me if he saw me use a knife like that i don't have a use for it i don't know how to play i don't think that'll work so that doesn't seem to work i might hurt myself on the broken edges i don't think that'll work i don't think that'll work i don't want to suck that i don't want to suck i don't think i should cut that i don't think i should use it indoors i don't think i should hammer that ja vielleicht mit der spukpalette zu spukpalette zu kipps und siegestein ich kann noch eine kräfte der bräcke der bräcke einladen mason wir können auf jeden fall mit dem zielstein was machen Schaufel, Stock, den Affen mit dem Zielgestein. Ich kann meinen Alkohol nicht behalten. Sie sehen, wie normale Kratzer Rum. Es liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017